... kann dagegen den 2,11m-Center John Bryant wenig ausrichten. Gut gespielt. Reynolds. Muschini. Bryant setzt den Block. Muschini wird zwar von Gillespie verfolgt, er macht es ihm schwer, aber Kostja und Muschini spielt gerade. Und Lucic attackiert da gut. Vlado Lucic. Geduldig das Spiel von den Münchnern und dann schauen wir nochmal auf Vlado Lucic. Bekommt den Pass und dann direkt das Closeout, dieses Rauskommen des Verteidigers attackiert. Gegen Andi Obst. Hat die Länge, hat die freie Sicht. Obst beim Fastback. Schönes Dribbling hinterm Rücken von Obst. Und da ist der Abschluss. Als Dreier-Schütze kämpft ihn, aber von Andi Obst. Hier geht's ab und an. Hinterm Rücken. Am Mann vorbei. Und dann der Korbleger. Reverse Leer. Breunig! Wie er die Hand dann nochmal wechselt. Martin Breunig da vorbei. Dann erst mit links den Ball hochgenommen und dann mit rechts gedankt. Guter Block von Gillespie, Bonga. Aber dann ziehen sich die Spieler des NDCs immer wieder gut zusammen. Und Andi Obst. Andi Obst, Cash Winston. Ja, genau rechtzeitig. Mit Ablauf der 24 Sekunden. Und dann haben wir nochmal Cash Winston. Da ist also alles im grünen Bereich. Cheathen. Waila Bepp bringt den Ball und Cheathen muss aufpassen, dass er sich nicht den Kopf anstößt. Hochwertige Würfe herauszuspielen gegen die Verteidigung der Münchner. Die treffen im Augenblick alles, egal wer. Dreierquote der Münchner inzwischen über 50 Prozent. Andi Obst. Lange Zeit, nichts von ihm gesehen. Am Ende aber bei den Bayern mit 66 zu 87. Auch in der Höhe verdient. Verliert 27 Punkte Andi Obst. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.